Nein. Flumme, einfach mal rumgeschmissen. Das sind ganz schön viel. Nur ein paar. So, die schmeißen wir mal alle runter. So, hier haben wir noch ein paar Pockerlein. Geht ja einfach alle Richtung Jenny dahinten ab. Hopp. Let's twist again. Ja, ist okay. Hier auf mit der Leichenschändlung. So, was haben wir hier noch? Unter dem Meer. So, das kommt runter. Das müssen wir auch unser Gerät eigentlich auch sauber machen. Unser was? Unser Gerät hier, weil das halt auch schnell viel Blut abbekommen. Komischerweise. Geh ich mal davon aus, der Gerät muss immer sauber sein. So, das ist so runter. Pff, schüttelig und wirkt einfach alles von oben drauf. Ja, hallo, das ist am einfachsten. Wo? Alter, diese Engine teilweise ist ja echt krass. Alter! Äh. Unreal Engine, das war doch am Anfang gezeigt. Ja, ja, aber trotzdem. Das kommt ja immer drauf an, wie du die Engine halt benutzt. Dafür. Oh, da ist runter. Auch Geschenke. Blup. Wenn wir irgendwas im Boden legen, sonst kommen noch diese kleine Kapseln. Gibt es hier? Ich finde, ich helfe dir gleich. Warte mal, ach so. Ich glaube, das Blister, das Blister, das Feuer so lange gemacht. Oh, oh, oh. Nee. Hm, oh. Ah ja. Gut. Ah ja. Oh, ebba. Morgen muss es Regen geben. Die Wichtel fliegen wieder so tief. Hast du den runtergeworfen? Ja, Mann. Mit Anlauf und Sprung. Wuii. Hat ein Freiflug bekommen. Kann man nicht einfach mal Dynamit hier bei mir reinwerfen oder so? Dass die gar nicht die Schenke kaputtging? Nee. Wenn du welches hast? Dynamit kommt sofort. Nein, weg. Oh, oh. Ja, schießt die alle wieder zurück. Ach ja. Sieht fast aus wie so CS-Ghost-Gene. Ich auch hier unten. Ich hab da gegen die Musik geflogen. Na, komm schon, schnapp das Ding hier. So, flupp. Kind wollte ich ja mal Müllfahrer werden. Ich will einen neuen Super-Tumro-Jet-Razor-Car mit all den Extras. Also, ich will viel Schokolade und ein J-Pad-Aid. Oh, das ist das ganze Geschenke hier. Ich krieg hier keine Eimer nach oben. Echt? Und dann nach oben gucken? Geht auch nicht. Du musst dann immer wieder ein bisschen mitdrehen. Er hat hier immer... ...gepackt. Im Geländer. Liegt da irgendwas auf der Treppe? Warte. Ja. Wieso kriegst du den nicht hoch? Ist doch ganz einfach. Hier ist Sano. Achtung. Hier, ich hab noch einen. Warte kurz. Kannst du den... Nee, den... Achso, kannst du den abnehmen? Ja. 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 Ich sollte den Feuer loslassen, ne? Der ist wieder weggepackt. Pass auf, ich bring dir einen neuen hoch. Oh, da liegen ja noch Patronen. Und so. Ich denke, hier oben müsste jetzt alles weg sein. Ja. Wie viel Fleisch kommt denn hier raus? Ehm... Jenny, lauf. Jenny, lauf. Lauf weg, 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 weg. Lalalalalala. Ich k mentality noch. Wurde. Wurde, wir sind immer ein bisschen im Rücken liquid. Bitte? Irgendwo leer, oder was? Ja, irgendwas. Was meinst du, wie schnell ich plötzlich gerannt bin? Warum? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Weißt du, du hörst sowieso dieses W-w-w-w-w-w-w-w-w. Hier ist noch ein Eimer, Achtung. Oh, Wischi, Waschi. Nabaisacki. Der Durchknicki-Knacki. Du hattest doch so einen komischen Besen, oder nicht? Ja, ja, hier. Kann man damit vielleicht zusammenfegen oder so? Wie wechselst du den? Der liegt irgendwo hier rum. Ja, kann man. Ja, kann man. Oder auch nicht. Einzelne Blätter, ernsthaft? I was good this year, so I want a pony and a bike and a new clarion tool for me. Slop bottom. So. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl dieser Besen ist total blöd. Ja, der taugt ist. Okay, das war gut. 2, 2, 1 bis 2. Hm. Ja, betatschen erstmal, genau. So ist es richtig. Erstmal wird gefummelt und dann gucken wir mal weiter. Gefummeln? Ja. So. Hier rein damit. Das auch noch. Und zack. Und. So. Geht nicht. Ehm. Ja, Mann. Ne. Knarre. Händerschenkel. Und. wieso rennt ihr eigentlich durch den sauberen bereich durch meinst du das passt hier hinten hier wo alles sauber ist dann schon wieder Fußtaps das war bestimmt shiny wer hat denn jetzt da hinten das ist ein geschenk unter dem hintern ich fühle mich gerade echt wie der cringe die ganzen geschenke einfach ins feuer zu schmeißen zumindest sehe ich nicht so wie er aus hinter den uhren ich weiß nicht guck mich nicht so an ich weiß nicht er war's was denn da hast du neun komm mir war ja nur im bluteimer na dann ist er easy du hast deinen arm verloren ja ich hab ja einen mit wickel 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 nee den hattest du gerade verloren oh dann wärst du mit der tue mensch ey der passt nicht in die kiste rein hier wirst du mal das feuer hinter dir da diese puppe wenn ich die versuche in so eine kiste rein zu legen dann armt die die immer ne puppe du weißt schon wo die rote farbe hier überall herkommt ne also ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube diese gelben kisten bringen eigentlich überhaupt nichts boah jetzt sieht das ekel auf dann doch wenn ich ehrlich bin die ganzen kleinen teile ja ok das vielleicht schon ja aber diese alles was größer ist wie ein arm oder so ok ja aber also klein zeug ne alles was was kleiner ist als ein arm ok aber alle sagten die größe ne bringt überhaupt nichts finde ich was sollst du rein noch ne kiste du kommst halt auch leicht mit tetris spielen ja bisschen tetris mitspielen ja schon so an also wie du das große geschenk da einfach nur quer reingeschoben e ganz große was ich hatte da war nach was er gegründet mal hier ja kannst du aber besser anmalen hier ne ok blumms so blumms hallo hatte ich zeig dir mal wie das geht ich hab mal zu wo dann ne richtig der muss klühen sowas wie Pistolen ganz kleine geschenke die kannst du alle da rein werfen da guck mal meine kiste an die ich hier drin hab oh wie viel da schon drinnen liegt das macht schon so komische flacker bewegungen dann würde ich sie schnell leer machen ansonsten hast du recht probleme weil bei mir sind sie dann recht eng probiert ich brauch sie unten schon ich muss halt nur gleich wissen ob das feuer einmal frei ist was haben wir denn da hinten haben wir noch was feuer frei ich hab da hinten ja gar nicht aufgeräumt wie seid ihr denn da feuer frei ohja ich mach Spuren so komm 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 kann man die Sachen auch weiter werfen da war es doch gerade ja mit Schwung kann man auch irgendwie ein Fadenkreuz einstellen oder so ich glaube nicht ich glaube du holst jetzt schwarzen Edding ne da war er doch gerade komm schon dann 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 misst du dir dein Monitor aus und dann in der Mitte machst du Fatsch das kann ich auch mit dem Nagel machen was kann das bei meinem Monitor zum Beispiel komm schon ich hab's doch gerade oh das ist ne Dreckspixel ich seh doch die Schrift Danny ich hab ein Geschenk für dich eingefall guck mal schöne Farbe ne oh Gott aber ganz schön groß ne ja große Sachen das ist toll wie viele Geschenke hier einfach in diesem blöden Raum drin sind ne kann man sich hier irgendwie docken oder so ne hab ich schon geguckt gibt's keine Kontrol Sensibility Turn Interact Drop Hit Mob Hand Sniffer Additional Tool Ja das ist ein Drop Tool Jump Walk Pitcher Haben wir fast den ganzen Schrott hier weggeräumt? Ich hab momentan noch den meisten Schrott weil die Wand ja hier kaputt ist Na ich komm nicht dran Ach das ist ein Blutfleck Ach das ist ein Blutfleck So Wichtelnütze und da rein Ich hab noch ein Geschenk rein Und noch ein Geschenk klein Noch Geschenke Danke. Oh Alter, du bist so ein Geschenk raus. Raffst du jetzt erst irgendwie gefallen, ey. Guck mal, kriegst du zufällig... Ey, wo ist mein Wasserhämer? Ne, ich fahr das nicht. Es kann nur eine gewesen sein, das weißt du. Na aber sowas von... Du aller Schnacker, du, ey. Chris, komm mal kurz hier rein, guck mal, guck mal. Wie in der Schule hab ich das wieder hier gemacht. Guck mal, guck mal, guck mal hier. Liquid. Nein, äh, falsche Tasse. Guck mal hier rüber, guck mal hier, guck mal. Das hab ich wie in der Schule früher gemacht, guck mal. Siehst du das? Äh, nein. Die Stühle? Okay, jetzt hab ich's verstanden. Geil, oder? Ja schon. Einen wunderschönen guten Abend, ACID Gaming. Na, alles klar bei dir? Vielleicht kannst du's mit was anderem wegschieben und dann von der Seite... Nee, man kann diese Tische hier tatsächlich nicht irgendwie wegschieben oder so. Das Problem ist auch, der ist quasi... Es gibt hier so ein paar Dynamitschlangen, die sind auch in Geschenken versteckt. Und wenn du die verbrennst, dann explodierst und dadurch ist halt dieses kleine Ding da hinten dran geflogen. Also man kommt hier außen weg... Mensch, ist denn? Was baust du denn das hier? Das grüne Ding, ja. Ich hatte es schon ein paar Mal, dass man den Schriftzug sieht, aber ich krieg's einfach nicht. Aber nochmal, das ist eigentlich eine gute Idee mit dem... Oh ne, den muss ich erst selber machen. Mit dem Mob. Das vielleicht geht... Aber... Äh... Kommst du dran? Wir müssen uns in die Ecke treiben! Also bewegen du dich nur. Wenn dann nach... Äh... Zur anderen Seite. Akku. Zur anderen Seite. Weil in der Ecke kriegst du's nicht. Jetzt steht's noch ein bisschen weiter drunter. Alter. Alter, ist das ein Scheiß! Ah, da war's doch gerade. Oh Gott. Ähm... Hab's doch gerade gesehen. Was ist das denn? Kann lieber anders machen. Nee. So. Wieso machst du das nicht tricky? Guck mal. Hä? Ach, mit einem anderen Gegenstand, ja. Gut, okay. Das könnte sein. Warte, ich leite dich. Äh... Ticken nach hinten. Der ist nach vorne. Ja, stopp! Da ist... Ja... Links. Rüber. Achtung, Bluteimer! Wieso trete ich denn hier Blut hin, du dir? Ja, weil du's an den Füßen hast. Du bist da durchgelaufen. So, wo ist das? Äh... Acid Gaming. Ach, ein bisschen genervt, wenn meine neuen PC-Zahlen nicht richtig ins Gehäuse passen. Da das dann noch so ein dummes, festes Blech drin hat. Ähm... Blechschneider. Fertig. Hab ich auch gemacht. Blechschneider. Raus. Und gut ist. Oder sind die, äh... Festplatten-Slots im Weg. Was vielleicht, eventuell? Jetzt kriegst du das Ding auch nicht mehr raus. Wetten? Das kriegen wir zum Schluss schon irgendwie hin. Ja, ja. Irgendwie. Da werden wir aber ne weiter... Deni, was machst du hier? Sano! Ey! Bin hier am aufräumen. Und ich rüber beim... Oh! Block doch mit, Mann! Bist du ein Brexer, Mann! Ich nenn dich ab sofort nur noch Bremse, ja? Ist das gut da eigentlich mein Gesicht? Äh... Entschuldigung! Mal, warum seid ihr alle Frauen? Bin ich auch ne Frau? Hä? Wieso alle? Wie sind alles Männer? Mann, Mann, Mann? Jenny ist ne... Jenny ist ne... Jenny ist ne Mann. Liquid ne Frau. Du bist ne Frau? Was bin ich? Ja. Ja. Wieso bin ich ne Frau? Jenny ist ne Mann? Du bist ne Frau. Aku ist ne Mann? Wieso bin ich ne Frau? What the hell? Aber je nachdem... Wenn man stirbt, dann 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 und so. Ah, das könnte vielleicht sein. Ja, ist auch so. Nicht in dem Eingang stehen bleiben. Tut, tut. So. Äh... Essig Gaming. Ach, das... Das Gehäuse nervt mich eh... Eh noch aus ein, zwei anderen Größen. Jetzt hab ich wenigstens endlich mal einen Grund, es auszutauschen. Ja, das ist nicht du. Ausgenommen und gleich geschüttet. Äh! Äh! Wo häng ich denn? Ach, da. So. Flup! Monolulu. Ja. Ja, wir machen... Hier ist richtig. Hä? Wie hab ich das denn jetzt hingekriegt? Was denn? Hä? Wieso hab ich denn jetzt wieder in der Hand? So, alles gut. Was willst du denn? Das war unter dem Schrank bei mir. Das ist ne Bremse. Die ist impossible ist einfach nur nicht ne Bremse. Das weg! Hinten der Hand. Boah, ich stell das jetzt mal rein hier. Komm! Das ist auch gut, dass jeder hier reinlaufen muss. Äh! Komm! Drück! Und nochmal! Wir stellen jetzt... Wir stellen jetzt eine Kette, okay? Nein! Das wird hier umge... Ah! Es ist mir umge... Es war zwar unbeabsicht, aber... Ja, geschieht dir recht. So. Äh... Einen wunderschönen guten Abend, Brumme de Wucht. Seit wann ist Liquid ein Mann? Ne Jung. Ne Jung. Glaub mir, beim nächsten Treffen legen wir ihn dir auf die Schulter. Jees. Komm, ich weiß gar nicht, dass er so ne kleine Schulter hat. Was? Warte, du bist ein Sack, weißt du... Wieso kann ich denn deine Leiche nicht hier nehmen und da reinschmeißen? Was willst du denn damit machen, ha? Ach du, bis jetzt wieder ist wieder gespawnt, okay, verstehe. Nein! Alter! Nein! Du verarschen! Hi Buddy! Wie geht's dir? Ähm... Blup! Drecks Ding! Geh da groß! Das könnte ne prima Schüssel sein. Das ist so ne Kieksschüssel. So den Helm? Ne, ist okay. Auf Wiedersehen! Ich habe einen 많이 verkoll. Ohne, ich habe einen relativ Herzen. Ich habe einen hohen. Was war ein Rücken. Ich habe einen Rücken. Ich habe einen Rücken. Ich habe einen Rücken. Vielen Dank.